hallo ihr lieben hier ist mal wieder eure claudia mit einem neuen orake schön dass auch du heute intuitiv auf dieses video geklickt hast ich freue mich dass du dabei bist sei ganz herzlich willkommen hier in deiner kleinen youtube familie und wir nähern uns der 10.000 abonnenten an das heißt wenn wir die 10.000 geknackt haben du und ich dann werde ich drei legungen unter euch verlosen heute für dich der intensive partnerblick mit seelen tiefschau und vielleicht kennst du deinen herzens menschen auch seit ein paar wochen ein paar monaten ihr habt euch auch schon gesehen und jetzt möchtest du wissen kann daraus eine feste beziehung werden kann er sich eine feste beziehung mit dir vorstellen wird es auf eine feste beziehung hinlaufen warum meldet er sich so wenig ist er ehrlich zu dir wann öffnet er sich dir gegenüber gibt es andere frauen oder wenn du ein mann bist gibt es da andere männer und wie steht er dazu dass du vielleicht auch ein kind hast ja wenn du vielleicht auch ein kind hast wie steht er dazu dass du vielleicht hier eben eine tochter hast einen sohn hast und eben nicht ohne kinder bist du schaust jetzt dieses video dann vertraue darauf dass genau jetzt diese botschaften dich erreichen dürfen ich danke dir natürlich wie immer von ganzem herzen für die unterstützung meines kanals für dein liebes liebes abo dass du mir jetzt gleich noch da lassen darfst wenn du magst für dein liebes like dein view dein super lieben kommentar unter meinen videos ich freue mich immer so sehr über eure super lieben nachrichten ich fühle mich euch dann so ganz nah und tief verbunden ihr seid so lieb zu mir ich bin euch so unendlich dankbar und freue mich dass wir jetzt in diese legung eintauchen dürfen ja im moment ist da rückzug ja im moment sind da vielleicht auch etwas schweigen aber jetzt wollen wir tiefer tauchen das weißt du schon wenn du meine legungen schaust und wenn du neu bist dann sei ganz herzlich willkommen wie schön dass du da bist wir legen auf dem magic energy candle board einer energetisierten lege schablone über die haus und seelenplätze und auch du kannst dir natürlich dein magic board nach hause holen wenn auch du dir immer wieder die karten legst und da unterstützung brauchst du findest auf diesen boards ganz wundervolle deutungen unter jeder karte mit den haus und seelenplätzen und kannst dadurch noch tiefer eintauchen hier zum beispiel wenn wir in seine gefühle schauen das siehst du schon da ist liebe da das sind tiefe gefühle da aber er hat eben auch angst vor dem verlust also hier liegt vielleicht eben auch eine verlust angst klar im bild ich habe dir zusätzliche tarot botschaften gezogen die ich dir unbedingt zeigen möchte hier zum einen der ritter der kelche der dir ganz klar zeigt hier ist liebe da hier ist auch glück da hier ist eine freundliche schöne atmosphäre zwischen euch es soll jetzt eine friedliche phase beginnen mit liebe harmonie harmonie geborgenheit dass man auch innerlich mehr versteht glücklich ist und verliebt sein darf und auch hier über die neuen der kelche glück gute zeiten eine gute phase gemeinsam das leben genießen mit herzlichkeit und glück in der liebe sehr positiv also hier für dich aber du hast ja auch gefragt warum geht er immer wieder in den rück rückzug und das siehst du hier über die vier der kelche dass er immer wieder dann auch in so eine depressive verstimmung vielleicht rutscht die gar nichts mit dir zu tun hat sondern mit einer erfahrung aus der vergangenheit und da siehst du eben dass er immer wieder lustlos wird dass er immer wieder eine fehlende motivation hat schnell beleidigt ist in so eine trotzphase rutscht schmollt und in so eine unlust kommt und die chance im leben eigentlich nicht sieht ja die man ihm hier reicht den kelch den man ihm reicht die sieht er manchmal nicht die übersieht er aber der könig der kelche der könig der stäbe sagt hier ganz klar sei mutig ja bleibe du in deinem selbstbewusstsein stell dich jetzt den herausforderungen komm aber auch zur sache du darfst dinge auch vorantreiben vor allem in dir hier geht es um die innere kindheilung auch dass du dich in deiner inneren kindheilung hier vorantreibst vielleicht bist du manchmal auch ungeduldig du bist sehr temperamentvoll aber jetzt geht es eben darum wirklich noch mal inne zu halten bei sich zu bleiben und sein inneres kind hier zu heilen und nicht unbedingt die bindung sofort zu wollen das ist ganz wichtig hier kann ich dich natürlich gerne einladen zu meinem heile dein inneres kind kurs den ich dir sehr gerne anbiete hier arbeiten wir in 18 modulen gemeinsam an deinen themen und verletzungen und lösen diese auf und wenn auch du immer wieder fragen hast und wünsche und sagst ich habe themen die mich quälen und beschäftigen und du brauchst persönliche beratung von mir und möchtest gerne mal eine legung oder brauchst ein coaching ein telefon gespräch vielleicht auch eine energiearbeit eine herzens mensch öffnung das liebes zauber ritual vielleicht auch ein reading in der akasha chronik die schlangen energie arbeit dann darfst du mir gerne eine whatsapp schreiben du findest meine nummer direkt unter diesem video oder kommst auf meine seite claudiahader.de und stöberst ein wenig ja kann er sich eine eine feste beziehung mit dir vorstellen im moment hier liegt ja dein herzensmensch egal ob er mann oder frau ist das ist ein herzensmensch im moment kann er sich keine feste beziehung vorstellen weil er hier noch mit seinen themen beschäftigt ist er wünscht sich zwar eine feste verankerung er fühlt sich auch mit dir verankert aber hier kann er noch nicht in diese feste beziehung gehen die du gerne hättest du bist schon viel weiter du bist hier klar in der liebe in der beziehungs energie drin aber er ist noch wo ganz anders und das ist auch eure dynamik also versuch jetzt du in die klarheit zu kommen raus aus den unsicherheiten in deine treue denn du bist dir hier nicht ganz treu hier schaut auch der fuchs in die liebe also die falsche liebe du bist dir im moment nicht treu du bist im moment nicht in deiner liebe sondern im ihm nachgehen ihm nachlaufen energetisch auch du musst dich nicht bei ihm melden das ist energetisch also hier ist er noch nicht so weit wie du kann er sich eine feste beziehung mit dir vorstellen das auf jeden fall denn hier um die liebe liegt ja die anziehungskraft die beziehung das liegt alles da das kann er sich vorstellen das ist für ihn auch möglich aber im moment hat er eben angst vor der falschen liebe er hat angst wieder betrogen oder belogen oder hintergangen zu werden und deshalb ist es wichtig dass du energetisch den druck rausnimmst in deinen gedanken den druck rausnimmst und ihm nicht so hinterherjagst weil du dich die ganze zeit mit ihm beschäftigst und befasst sondern wirklich sagst ich atme jetzt mal aus ich atme jetzt mal durch ich gehe da mal ganz raus aus dieser energie denn das ist jetzt wichtig dass du ihm nicht energetisch nachjagst er kann es sich vorstellen aber er braucht noch seine zeit um hier etwas zu verarbeiten da kommen wir gleich drauf warum meldet er sich so wenig weil er eben hier wirklich mit sich noch beschäftigt ist mit seinen themen noch beschäftigt ist hier auch noch ein mutter thema hier liegen ängste vielleicht lenkt er sich auch immer wieder ab und geht nicht in die konfrontation mit seinen gefühlen wie du er ist da noch beschäftigt mit seinem leben mit seinen heilungsthemen mit seinen ängsten hier und du siehst er liegt hier auf der positiven wände also es kommt hier schon zu einer positiven veränderung aber du musst hier ein wenig achtsam sein weil wenn er sich so wenig meldet dann ist das eben auch oft ein zeichen dass er noch nicht so weit ist wie du also das sieht man hier schon deutlich er ist noch nicht so weit wie du und du wolltest ja auch wissen ist er ehrlich zu dir also es ist nur in deinem kopf dass da eine unehrlichkeit oder ein geheimnis sein könnte in echt liegt er nicht unehrlich da aber du wolltest ja auch wissen gibt es andere frauen oder gibt es da eben eine andere energie und hier muss ich dir sagen dass es sein kann dass er hier eben schon noch mit jemand anderem kontakt hat und vielleicht haben die sich auch getroffen oder war eine begegnung aber man sieht ihn eben allgemein sehr kühl man sieht ihn hier ein stück weit unterkühlt und hier siehst du auch ganz klar er gibt sich wie der soldat der mit einer gefühlskälte reagiert mit einer abwehr reagiert und es fiel eben auch die konkurrenz also nicht nur dass du zum teil vielleicht auch eifersüchtig bist sondern dass dein wunschpartner vielleicht doch irgendwie eben auch sich anderweitig in dem sinn nicht umschaut aber eben von der energie schon da noch etwas ist wo er vielleicht noch einen kontakt nicht ganz losgelassen hat also das scheint hier schon so zu sein wann öffnet er sich mir gegenüber wolltest du auch wissen also in seinen gefühlen liegt sein mutterthema und das muss er hier auch erstmal heilen umso schneller du in deine heilung gehst umso schneller kann er in die heilung gehen denn auch du hast hier noch belastungen von einem anderen mann oder wenn du ein Mann bist von einer anderen Frau die dich blockieren die dich stagnieren und bei ihm ist es auch so also er hat hier auch noch Themen die ihn stagnieren die ihn blockieren er hat hier Lernaufgaben die er lösen muss die mit dem Selbstwert zu tun haben er ist dein Seelenspiegel schau da bitte wirklich hin aber es kommen die schnellen Nachrichten und ja er geht so ein bisschen als der tüchtige Mann hervor das heißt er lenkt sich da doch schon auch immer wieder ab und macht viel zu viele Sachen drum rum und ist nicht wirklich bei der Sache deshalb fühlst du ihn auch so weit weg und deshalb bitte sei du mehr bei der Sache also wenn ihr jetzt euch monatelang kennt und habt euch erst wenig getroffen dann ist das eben schon auch so ein Zeichen dass er eben noch nicht so bereit ist wie du und dass er sich auch noch nicht so öffnen kann du bist schon viel mehr drin und bei einer Frau ist es auch so wir verlieben uns oft in die Vision in die Zukunftsvision in die Vorstellung wie könnte es denn mit ihm sein wir sind schon viel weiter er ist noch in der Annäherungsphase und hier ist eben noch eine weibliche Energie bei ihm drin und mit der ist er auch energetisch noch beschäftigt im Sinne von die kostet ihm hier auch Energie also man sieht hier Energiestagnationen man sieht hier Schlangenenergien er ist hier noch in der Angst gefangen wie steht er dazu dass du zum Beispiel hier ein Kind hast grundsätzlich hat er damit kein Thema ja aber du siehst ja das Kind liegt direkt bei dir und da kommt gleich die Blockade und er wendet sich ab also er will schon so ein bisschen eher ein leichtes Leben er will schon lieber nicht so viel Verantwortung das sieht man bei ihm und deshalb ist es umso wichtiger dass du vorsichtig bist dass du den Weg langsam gehst dass du dein Herz nicht sofort komplett öffnest und dich in diese Zukunftsvision verliebst sondern dass du wirklich ganz bewusst sagst okay ich schaue mir das Ganze jetzt mal an unbekümmert ja bleibe positiv es ist eine günstige Zeit es ist eine gute Phase aber du willst ja nicht das kurze Glück du willst ja das große Glück und vielleicht hast du auch noch einen Kinderwunsch ja aber hier kommt ganz klar der Neuanfang also hier beginnt etwas lass es wachsen es ist noch klein und es wird auch in kleinen Schritten weitergehen also es wird hier nicht so groß weitergehen und in schnellen Schritten sondern es wird hier einfach langsam weitergehen und deshalb ist es wichtig dass du auch so ein bisschen vom Gaspedal gehst du bist hier viel zu weit du denkst vielleicht sogar schon an Umzug oder wie macht man das wenn ihr eine räumliche Distanz habt oder wie könnte man denn zusammenleben wie könnte man das gestalten da denkst du schon dran aber dir wird hier auch noch ein anderer Mann begegnen also du hast hier noch eine karmische Begegnung mit einem anderen Mann wenn du ein Mann bist ist das eine Frau also da liegt eben noch jemand anderes sei offen für das Leben öffne dich für das was kommen mag und wenn er kein Problem mit deinem Kind hat dann wirst du das fühlen dann würdest du diese Frage nicht stellen dann würdest du es fühlen und ich sehe ihn im Moment noch sehr beschäftigt mit seinem Leben mit seinen Themen mit seinen Ängsten und deshalb ist es umso wichtiger dass du bei dir bleibst bei dir in der Abgrenzung deine Lernthemen angehst ja was löst denn zum Beispiel Schweigen in dir aus was für Unsicherheiten aus deiner Kindheit kommen dann in dir hoch bekommst du dann Panik bekommst du dann Angst willst du ihm dann hinterher fühlst du dich dann abgelehnt fühlst du dich nicht gesehen und das darf alles heilen das bringt er dir hier mit über die karmische Lernaufgabe und das darfst du jetzt heilen und jetzt werde bitte nicht bockig oder zickig oder traurig sondern schau dir wirklich an dass das deine Aufgabe ist im Leben die ist viel größer und bedeutender als dieser Mensch im Moment für dich zu sein scheint natürlich ist dein Fokus bei ihm aber ihr habt im Moment eine Abwendung das heißt er muss jetzt erst mal seine Themen heilen und du deine bevor ihr euch verbinden könnt mit dieser Energie das ist wichtig du liebe Seele ich danke dir fürs Zuschauen wenn du Fragen und Wünsche hast schreib gerne hier unten in die Nachrichtenfunktion schön dass du auch heute wieder dabei warst ich sage dir danke aus tiefstem Herzen natürlich auch für dein liebes Abo und das Aktivieren der Glocke ich freue mich auf unser Wiedersehen bis ganz bald von Herzen deine Claudia